Der neue Mazda MX-5 ist ein Kopfverdreher und ein Designerstück innen und außen. Er markiert einen neuen Höhepunkt in den Bestrebungen von Mazda, einen perfekt proportionierten und leichten Sportwagen zu bauen, der ein elektrisierendes Fahrerlebnis bietet. Mit der vierten Modellgeneration kommt nun noch die Designsprache Kodo Soul of Motion hinzu, die das Wesen des Mazda MX-5 als agilen Roadster mit unnachahmlichem Spaßfaktor auf besonders kraftvolle Weise zum Ausdruck bringt. Der neue Roadster rollt auf Aluminiumrädern in 16 oder 17 Zoll mit 8 Speichen und 4 Radmuttern. Je nach Ausführung in Silber, Titangrau oder Brillantsilber mit Hochglanzfinish. Die aus kaltgeschmiedetem Aluminium gefertigten Räder sind leicht, haltbar und stets die passende Wahl für alle, die das Autofahren lieben. Im neuen Mazda MX-5 verwischen die Grenzen zwischen Auto, Fahrer, Straße und Landschaft. Beispielhaft dafür sind die lackierten Karosserie-Teile, die sich bis in die Innenseiten der Türen ziehen und damit die Trennung zwischen Außen und Innen aufheben. Der neue Mazda MX-5 ist der kürzeste aller Zeiten und ziemlich drahtig noch dazu.